Es ist alle Zeit, es hier ein wenig wärmer zu machen. Pissigen sie alle fein. Was hab ich denn für ne... So ein Schrott, ey. Was hab ich denn noch für ne Waffe? Die Schmiede verlassen, aber immer noch wimmelt es dort vor Pfeifen. Können sie zurückgedrückt werden? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich dachte, der würde freigehen. Deine Sorge, er dürstet noch mehr. Alter Schwede. Du hörst gar nicht wo ich bin, ey. Er wurde schwer getroffen. Also ich versuche immer auszuweichen, ne. Also irgendwie... Das muss weh getan haben. Ich könnte mir das den letzten Tag anschauen. Nein... Mein Gott, hold'em up, Idiot. Next one. Next one, please. Den erwischt? Ich hänge hier irgendwie fest, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommen wir nicht raus. Wo sind die Gegner? Da unten. Habe ich jetzt was abbekommen? Ich kann da ja auch nicht reinrennen, ne? Das ist ja... Hier anders hin. Oh Gott, oh Gott. Scheiße, was für Chaos. Ist echt Chaos. Das war's immer noch nicht, äh... Das war's immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder hochkomme. Ach, hier. Wie komm' ich denn hier wieder hoch? Ist hier irgendwo ein Arzt? Ist hier irgendwo ein Arzt? Ist hier irgendwo ein Arzt? Irgendwo ein Arzt. Ein Medipack könnte ich mal gut gebrauchen eher. Hier waren Medipacks. Feuer weg! Egal. Hier sind ein Medipack, oder? Ägal! Erstmal habe ich nicht einen Medipack gesammelt? Aber mein Typ ist das rund. Scheiße, was für Chaos. Oh. Was für ein Schlag. Alter. Alter. Den kaputt, Alter, sind die. Die sind echt kaputt. Haha.